Warte, kannst du mal ganz kurz hier PvP aktivieren? Ich muss was ausprobieren. Wieso sind wir eigentlich in der Hölle? Ich weiß so. Ja, weil Alamatid ja tief spawnt und was gibt's tieferes als die Hölle? Als die Unterwelt. Was ist tiefer als die Unterwelt? Naja, da fällen wir schon ein paar Sachen. Okay, hier ist eine Schattentruhe. Warte, ah, ich hab einen Schattenschlüssel. Warte, äh, warte da. Ich pot mich gleich zu dir. Ich nehm hier nur noch so einen Fundort-Schatz-Trank, irgendwas. Yeah, Sonnenwut. Oh, nein. Kacke, aber egal. Alter, du Wurm. Alter, das ist nur eine Beleidigung. Alter, du Wurm, Mann. Hier ist noch eine Schattentruhe, hier rechts. Echt? Ja, ich hol mir die mal. Oh, das ist eine Mimik. Dämonensense. Okay, hier ist eine Grandfather's Glock, die könnten wir auf jeden Fall brauchen. Damit ihr mal wisst, wie spät es ist. So, hier war dunkle Lanze. Aber die zeigt mir nicht. Achso, da hat... Okay, ich hab mir meine falsche Anzeige gekockt. 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 Was hast du bekommen? Ähm, ich hab dunkle Lanze bekommen und noch einen Fundort-Schatz-Trank. Ah, okay. Fundort-Schatz-Trank. Ah, da ist noch eine Schattentruhe. I'm coming. Ah, nein. Hallo. Ich komme. Nee, nee, jetzt ist es im Dex, Alter. Geh raus. Feuerblume. Tabu. Was? Kann sein, dass du jetzt zwei Feuerblumen hast oder so? Oder eine Feuerblume, eine Eisblume? Und brauchst du eigentlich davon nicht mehr? Ich hab alles, ja. Aber du bekommst halt nichts davon. Achso, schade. Falls du jetzt fragen wolltest. Nee, ich kann dir schon die Feuerblume geben. Wenn du ganz nett fragst. Komm, frag mal ganz nett. Bitte, bitte, bitte. Warte, warte, warte. Ich schenke dir sogar eine Rose. Okay. Äh, ich schenke dir einen glühenden Pilz. Alter, ja. Ist voll lecker, hab ich gehört. Ja, du hast mir auch die Blume zurückgeschenkt. Ich schenke dir einen glühenden Pilz. Ich schenke dir einen glühenden Pilz. Ich schenke dir einen glühenden Pilz. ich habe 116 116 ich habe 125 140 nice also wir könnten uns eigentlich theoretisch hier ist noch eine schattentruhe schon eine machen oder nee wie viel war es 270 wie viel hast du ach so warte kurz ja das könnte er 113 nee okay fehlt noch ein bisschen ich habe 125 aber bald flammenpeitsche was ist denn das increases pick up range for life hurts 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 ach genau kannst du mal ganz kurz kommen ja warte kannst du mal ganz kurz hier pvp aktivieren ich muss was ausprobieren ne wirklich jetzt ich habe hier so eine flammenpeitsche bekommen komm mal kurz die haut runter mann mach halt die tür zu so geht es nicht was so richtig im gleichen team warte 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 alter alter die gibt es die gut schaden man also gibt es gut schaden man so rache für den bogen aus der ersten session alter alter kannst du dich noch erinnern kurz wir regeln das jetzt auf einer anderen tour wir regeln das jetzt auf einer anderen tour what the fuck du hast mir den falschen bogen gegeben ey 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 halt ich hab's grad voll verpeilt alt ich hab grad richtig verkackt jaja das oh shit okay der ist doch noch nicht so easy in diesem Modus 6 Leben ja nice they're nice ich überlebe einfach ich überlebe einfach ja schon, Alter Pro Gaming Alter wie ich einfach immer irgendwie überlebe mit 18 Leben oder so ja da kommen wir noch ein Po-Nummer Alter, wenn die den Buff geben würde, dass man äh dass man richtig umgekehrt ist oder so, das, das wär richtig ja, das wär aber geil irgendwie, wenn man im Hard-Modus ist und die bekämpft, dann sollte es irgendwie so das eben verändern dass man halt diesen Debuff bekommen kann ah ja, das wär geil aber ich hab dafür jetzt Export-Expel-Modus da das ist, wenn man äh 8000 Leben oh nein, oh nein ja man höh, ich hab jetzt wieso hab ich jetzt einen Chiefment bekommen ich hab auch hä wir haben die ja schon gemacht eigentlich oh, ich hab noch so eine Schmetterklinge bekommen was hey, ich hab noch eine Fremdenführer-Puppe ups nein ne, der kann nicht spawnen ach so, genau, wegen dem NPC der noch nicht spawnen ist ne, das hab ich alter, wenn der, wenn der genau in diesem Moment eingetroffen wäre ups nein es, es war also, nicht dein Ernst, Mann ich dachte, es ist vielleicht ein Travelling Merchant aber ne, es ist wirklich eine NPC gewesen ich wollte nur sicher gehen ok jetzt, 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 jetzt jetzt gibt's wirklich auf die Fresse jetzt gibt's wirklich auf die Fresse naja, sieht der jetzt aus, als würdest du richtig auf die Fresse bekommen alter, schau mal ne, alter, der kommt richtig schaden, Mann ich sag doch, jetzt gibt's richtig auf die Fresse easy alter, mit dieser Waffe, mit dieser Waffe ist jetzt wirklich gut gegangen Mann, ich hätte da drüben sogar noch, äh, Alamantit gesehen das würde ich jetzt abbauen ok ja, mir ist jetzt eigentlich alles recht da ich jetzt mich endlich gerecht hab hä alter, wie, dass, dass du den, den hast einfach aufgeschaut hast über so lange Zeit ja, ich, eigentlich ja, ich muss jetzt eigentlich auch schon wieder gehen war ne tolle Zeit ja also, das wir sehen uns dann beim nächsten Mal du willst es eh ja, wahrscheinlich alles klar tschö ok, gut ja, tschö, wir sehen uns ja genau warte, du hast mir schon das Geld überwiesen das ich jetzt für das, äh, Let's Play noch bekommen, oder? äh, ja, es macht die Buchhaltung morgen ach so, ja hallo ach, hier ist Alamantit genau das wollte ich die ganze Zeit finden nee, was was schon wieder alter, das gibt's doch nicht geh weg, geh weg, geh pass auf Sternenumrang alter ja, ich mach dir jetzt einfach so wieder fertig ich hab mal voll mal drauf ja, wahrscheinlich ok, gut sehr nice alter ich hab jetzt einfach noch überlegt ich hab nicht mal nen Healpot genommen heftige Chance da ist ein, da ist ein, da ist ein Emblem und ne Maske oh yes Automatik Sturm, wofür wir auch mann, geht doch einfach mann, lasst mich doch einfach in Frieden alter oh, pass auf das Emblem, das wär vielleicht nass wo ist ein Emblem? ach hier Hexer Emblem um 15 genau, ich glaub das kann man noch verbinden, oder? ja, da kann man ein generes so ein Zerstörer Emblem machen das 12% mehr Schaden gibt, glaub ich das ist richtig heftig gesehn ja, was alter, wie lange es gedauert hat ich weiß, ich weiß, ich weiß oh, ich hab ne Marmor äh, Truhe gefunden Meteoritenbarn interessant ich verstehe, ich kann nichts davon mitnehmen aber ist nice, ist nice oh, das sieht nice aus warst du schon drin? ja, da ist noch ein bisschen was drin für dich extra für dich aufgehoben ja, nice ich hab auch keinen Platz mehr wenn du mir das geben wolltest ne, das ist nicht so wichtig ich hab denen das mitgenommen, was ich halt staken konnte aber die Truhe können wir mitnehmen die sieht nämlich geil aus ja, die sieht süd aus nutzen die, die Statuen was? ja, äh, manche Statuen kann man, wenn man sie powert mit, äh, elektrischen Dingens dann spawnen sie das Tier also ne Quallenstatue würde ne Qualle spawnen zum Beispiel okay, dann das könnte sich sowas bringen, aber eben, das ist halt die Sache man brauchen wir sowas ich nehm sie mal mit ich nehm sie mal mit wenn du das irgendwie entfernen kannst, dann wäre es natürlich auch schon gut das ist halt die Sache ich nehm sie mal mitnehmen